baustoff vorbereitung richtig auf 60 moment aus jetzt hat mich halt weg gewesen habe ich ja richtig gesehen den brauche ich dafür brennofen bedienen habe ich jetzt richtig gelesen schauen wir mal so ich brauche wieder ein hartholz schalt der hier leider jetzt raus ist na ja der ist ja verbrannt ist klar was das da ist noch einer stimmte natürlich schon gerade gebaut ja ja ich bin überladen quatsch nicht so brennofen bedienen anzünden so den da rein hallo ah ja so dann schauen wir noch mal ob wir das hinkriegen ich hoffe da kommt auch kohle raus irgendwann ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher irgendwie glasbläser kasten herausziehen du hast keine ausreichend heißen gegenstände ok naja na dann sehen wir mal noch ein holz schalt tut mir leid wenn ich ein bisschen noobig bin aber ich erkenne das halt nicht ist für mich auch neuland das spiel so brennofen bedienen hatte jetzt wieder heiß ich glaube jetzt brennt er langsam oder 500 grad so lassen wir mal so kohle rauskriegen ich weiß sie natürlich nicht da bist du halt schau hin da kommt auf jeden fall jetzt eine leiste ich will doch nur erz schmelzen ich will doch nur erz schmelzen ich habe das gefühl dass die leiste sich da ein bisschen bewegt ach doch jetzt ach du musst mehr da reinlegen damit er heißer wird oder wie sieht das aus so wie sechs stück drin mal gucken so jetzt habe ich nochmal vier glaube ich jetzt habe ich zehn aber wie habe ich das gefühl irgendwie bin ich so blöd dafür oder ich weiß nicht ich verstehe es nicht ich bin ich hatte jetzt mal gedacht ich probiere mal das schmelzen aber irgendwie bin ich da echt so doof für so jetzt habe ich zwölf stück da drin hm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich würde gerne Holzkohle machen. Und dann damit Erz schmelzen. Aber ich werde irgendwie aus der Wiki eintragen. Nicht schlau. Habe ich so das Gefühl. 20. Okay. Dann mache ich den erstmal wieder aus. 20, okay. Na dann, dann machen wir nochmal 8. 20 Stücke rein. 5 muss ich im Inventar haben. Und dann muss ich den voll aufheizen. Ja. Na gut, das hat er gerade auch schon gemacht. Und dann muss ich das. Bust. 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 ok also muss ich da jetzt 20 rein tun und fünf stück im inventar halten so das heißt noch drei die zwei tue ich schon mal da rein so das heißt jetzt noch drei ja egal ob das fünf minuten dauert so jetzt sollte ich fünf stück haben habe ich so das heißt anzünden und voll aufdrehen sagte so warte hast kein vertrauen zu mir immer schocken unsere unser dorf abwarten ab du bist ja nicht da so 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 hier steht er wahrscheinlich irgendwann herausziehen alle drei sekunden gut das gehe ich hin vielleicht dein kopf hat dagegen ja mein gott ja wir haben noch mal was haben wir denn schmelztiegel wir sind schnitz schmelztiegel wir haben eine s und ambus das war das letzte was wir gebaut haben wir haben nur die vier öfen hier hatte die vier haben wir hier die rennöfen und s und ambus haben wir noch dazu ist er wahrscheinlich nicht mehr oder sind wir sind schreiner kasten wahrscheinlich mit asten oder sowas ja die frage wäre jetzt natürlich wie muss ich mir aus dafür holen also ja für erz kannst du mir nur sagen wie man den baut dann so 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 so